Jungs versus Mädchen Minecraft modden Wenn die Mädchen Minecraft modden Ach ja, ich liebe Dekomox, jetzt sieht mein Haus tausendmal besser aus und viel schöner, oder? Oder etwa nicht? Wenn die Jungs Minecraft modden Hahaha, jetzt ist der letzte Bosskampf Okay Leute, versammelt euch und greift das Riesenlamme an, um diese Welt zu retten Los!